Die epochenübergreifende Ausstellung Ernsthaft, Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst umfasst Werke von rund 100 KünstlerInnen aus der ganzen Welt. Sie spannt einen Bogen von der frühen Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart, in der Moderne seit dem 19. Jahrhundert im Allgemeinen und den klassischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts im Besonderen ist eine ganz bestimmte Dialektik am Werk. Auf der einen Seite kühne Innovationen, radikale Negation und ästhetische Dogmen, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Art des Lachens, die die Grundlage für die Entstehung dieses Ausstellungsprojekts bildete. Es ist ein Lachen, das Spaß macht und zugleich, ohne nur skandalisieren zu wollen, alle Konservativitäten, Bigotterien, Moralvorstellungen und nicht zuletzt avantgardistischen Dogmatismen unterläuft. Ernsthaft kokettiert mit dem Humor der Katastrophe, dem schlechten Geschmack der B-Movie-Kultur, Science-Fiction, Horror etc., sowie der Unreife, der Idiotie, der Intuition und natürlich der Leidenschaft und nicht zu vergessen mit dem Enthusiasmus. Untertitelung des ZDF, 2020